Wir werden Platz nehmen, Beifall noch einmal für die Mannschaften. So, wir kommen jetzt zur Drehung der ersten Dreibachseite. Wir wollen den dritten Platz. Im Zweibrillerei unseres Spielsens liegt die Neunruhe Schülle mit dem Team Auger. Herzlichen Rückwunsch bitte auf der Bank. Auf der Bank. Bitte auf der Bank. Auf der Bank. Immer lang auf der Bank. Die Hoffnung ist für die Möse. Sie können mit den Schüllen ausprobieren. Wer ist die Möse? Untertitelung des ZDF, der es gut ist. Er ist die Möse. Der Schüllen ist für die Möse. Sie können mit den Schüllen ausprobieren. Er ist für die Möse. Und der Schüllen ist für die Möse. Er ist für die Möse. Schule, schule, schule bitte auf. Herzlichen Dank. Ich bin jetzt die Mannschaft der Grundschule Strahlander und mit dem Team Teufelskicker. Nach vorne ist es ein, die Mannschaft bringt den zweiten Platz und dann zurück die Senderwelle. Das ist der Grundschule. Fahrrad-Radio und Fahrrad-Radio! Und so kommen wir jetzt zum Sieger und von Daniels in der 2. Klasse. Das ist die Ufrenschule in der Berlin-Archstelle. Herzlichen Glückwunsch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war eine große Herausforderung. So, wir bedanken uns bei allen Mädchen, bei allen Jungen, bei allen Bären und dem Herr für den stimmungsvollen Verlauf, sowie für die flotter Industriere in der Sportbrille. Wir bedanken uns auch für die Schiedsrichter und Kampfrichter, für den eindruckslosen Anlauf der Spiele, die zwei Förderer der 2. Klasse. Wir wünschen allen Mannschaften viel Erfolg und allen viel Freude über Sport treiben und auch wiedersehen dann vielleicht im nächsten Jahr. So, das schon wieder der 2. Klasse nach Ende. Wir wünschen jetzt die 1. Klasse, auch der 3. 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 Klasse. So, der 3. Klasse, auch der 4. Klasse, auch der 3. Klasse, auch der 3. Klasse, auch der 3. K Ridge. So, wir bieten jetzt die Mannschaften der Trapoerzeige und das SDS-Haus Heidrauten nach oben zu kommen und nebeneinander aufzunehmen. Und die beiden Mannschaften der ersten Platten haben erfolgreich am ersten Spielplatz, der schon in der Rundschule und des Umlandes teilgenommen und erhalten jeweils eine Etaille. So, herzlichen Wurden. So, wir stehen die Mannschaften, die haben ganz bei den Kumpel. Bitte dann wieder Platz nehmen, ich bitte nach vorne die Mannschaft der Lackenbote, die Rundschule Mannschaft, und ich bitte den dritten Platz. Ich komme auf der Lackenbote. Herzlichen Glückwunsch für die Markkolle der Finger. Wir kommen auf den zweiten Platz und dafür sind wir dabei, erinnert sich die Friedensrunde. Wir kommen auf den zweiten Platz für die Kälter. Das ist die 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 Platz für die Kälter.